Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Test. Heute spielen wir Tactical Intervention. Ein kostenloses Spiel von Steam. Ich bin hier schon mal im Menü drin. Ich habe mir schon einen Server gesucht. Bin hier beigetreten. Counter Terrorist gegen Terrorist. Das Ganze ist von den Machern von einem sehr, sehr bekannten Team. Spiel Shooter möchte ich sagen. Und zwar geht es hier um Cardstrike. Logischerweise. Ja, was muss ich machen? Wir sind Counter Terrorist. Also ich denke mal, die bösen alten Terroristen ein bisschen hops nehmen. Wie das Ganze funktioniert, weiß ich auch nicht. Okay, wir sind hier. Ich habe hier ein paar Knarren. Okay, alles klar. Ich gehe einfach mal rein. Und hier kann ich... Okay, was ist denn zielen? Okay, wie kann ich zielen? So nicht. Das ist schon mal schlecht. Alter Vater, Junge. Das geht dem gut. Hui. Okay, wie, wie? Ich kann nicht zielen. Ich kann nicht zielen. Das ist schlecht. Ich muss T drücken. Wo muss ich hin? Da ist mir bestimmt T. 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 Oh nein, ich muss nachlaufen. Oh, damn it. Okay, der hat mich, äh, passt. Kickelt. Hallo, hallo, hallo. Achso, ich bin im Beobachtermodus. Jetzt bin ich wieder da. Okay, wo ist denn hier zielen? Okay, das ist hier... Mausrad ist okay. Das ist Schlage. Das ist Retro. Goddammit. Das ist eigentlich wie... Das ist eigentlich ganz... Ja, das ist halt so der klassische Shooter. Ich bin jetzt wieder drin, okay. Ich kann nicht zielen, Leute. Ich muss, ich muss, was, was muss ich überhaupt machen? Waut da gerade einer? Okay, ich habe oben links... Ein... Ich weiß nicht, wie ich zielen soll. Ich kann nicht zielen. Alter Vater, der hat mich erschreckt. Oh, damn it. Oh, nein. Nein, da kommt noch einer. Oh, mei, oh, mei, oh, mei. Ich wollte die Messer noch. Das hat nicht so wirklich funktioniert, leider. Okay, 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 okay. Tee, ne, bei Teammate. Was kann ich da tun? Alter. Ah, ich wollte, dass die Waffe wechseln. Verdammte Axt. Okay. Respawn. So, oben steht es. Jetzt sehe ich es. Erst respawn. Ja, okay, okay. Okay, Mausrad nach oben war Pistole. Ich drücke mal nach unten. Und so komme ich immer zu dem blöden Messer, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme. Hallo, hallo. Hallo, wo seid ihr denn alle? Ich habe auch noch eine Flashbang, so wie das aussieht, aber... Wahrscheinlich auf G, ne? Aber G. Schießt doch jemand, oder? Wo denn? Wo sind die denn? Okay, das ist eigentlich nur ziemlich klein, ne? Oh, damn, 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 damn. Fuck. Alter Vater, Junge. Entschuldigung, dass ich husten muss, aber... Ich kann gerade hier nichts anderes anfassen. Wo sind die denn, ey? Oh, damn it. Okay, 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 okay. Wie kann ich denn hier respawnen in vier Sekunden? Oh Gott, oh Gott. Wie kann ich denn jetzt hier zielen? Ich würde gerne zielen. Alt, nein. Shift, nein. Ui, der fuck. Alter, fuck. Ich kann nicht zielen, Leute. Ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz. Okay, ich gehe mal nichts rum. Das war keine so gute Idee. So, ich brauche eine Granate. Hab ich denn? Schießt denn hier gerade rum? Ich muss zielen, ey. Ah, goddammit. Okay, Leute, ich will zielen. Wie, 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 wie? Ich muss jetzt gute Optionen. Tastatur, äh, 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 das im Ding. Rechte Maustaste, Zoom. Boah, Granate, wo ist die Granate? Maustai, ach, da kommt doch kein Mensch drauf. Okay, okay. Aber, au, fuck, ich darf stoppen. Aber, rechte Maustaste ist gar nicht Zoom bei mir. Wann denn nicht? Das ist... Das ist ein bisschen... Oh, 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 oh. Ah, fuck. Warum ist denn das nicht... Ist das unten? Okay. Okay, hier ist ja gleich mal eine Granate her. So. Oh, damn. Oh, ich bin so doof. Okay, Granate werfen geht. Wer schießt denn hier? Ach, scheiß Tuberkulose. Hab ich wenigstens noch einen erwischt? Ich glaube nicht, ne? Kann er denn zielen? Kann er denn zielen? Oh. Wie denn? Ich drück jetzt einfach mal alles. So, F rein. So, F rein. Das Nachladen. Links-Rechts lehnen. Okay. Ich weiß nicht, wie ich zielen kann. Oh, damn it. Lad nach, lad nach, lad nach. Oh, 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 oh. Was hat er, was hat er? Ich Munition, ja, ne? Okay, okay, okay. Okay, okay. Das ist keiner. Hat er meinen Fuß gesehen, ne? My, oh, my, oh, my. Ah, God, damn it. Ja, okay. Also, ich kann irgendwie nicht zielen. Ich bin so doof. Entschuldigung. So doof zum zielen, auf jeden Fall. Das habe ich schon festgestellt. Oh, moody, moody. Ja. Okay. Hätten wir das auch gelöst. Aber den Assist habe ich noch gekriegt. Kann ich den hier irgendwie... Okay, okay, okay. Noll, mit der Pumpgun, schön in der Ecke. Mega gut. Okay, es ist, es ist auf jeden Fall, äh... Es macht Spaß, muss ich sagen. Aber muss ich auch hier ein bisschen. Ich bin da ein bisschen zu doof, ne? Also, zielen, da bin ich gleich wieder der Mops vom Herrn hier. Was ist denn? Und die kleinen Kinder im DS. Oh, ey. Wie immer. So, gehen wir mal hier lang. Da ist keiner. Sieben alle. Okay, er geht nicht zeitlich, wenn er passiert. Das ist natürlich schlecht. Oh, ich bin so gut. Oh. Ach, keiner. Schön beim Nachladen. Super. Mega gut auch. So, der 2 Minuten. Hier, der Slows. So, ja, auf geht's jetzt. Auf geht's hier, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ach, dein Ernst. Es ist doch nicht dein Ernst. Zieh's dir rein. Alle beide. Aber eigentlich keinen, keinen Geben mehr. Oh, no. Ah, okay, man kann hier auch noch verbinden. Okay, so. So, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da? Da drüben. Komm, beweg dich. Ja, natürlich waren sie auf der anderen Seite. Natürlich. Okay. Das ist jetzt das Spiel, äh, ja. Ballern halt rum, ne. So der Klassiker. Er wird hier von seinem eigenen Team-Mate, äh, niedergemacht. Aber okay. Ja, ist halt jetzt ein Spiel, okay. Das ist halt so ein klassiker, unhaftigster Shooter. Wobei ich sagen muss, natürlich, hier spiele ich... Ich soll schon sie... ...wesentlich lieber. Gleiches. Ich muss... ...zu Ende Saaljahre umgehen. Entschuldigung... ...und wir spawnen noch mal in 5 Sekunden rein... ...und wir uns in 5 Sekunden schaffen, noch mal drauf zu gehen... OH DAMN! Hätte ich bloß nichts gesagt! Ich hab's noch gesagt, ne? Ich hab's noch nie gesagt... Das war meine Zeit, wenn ich sterbe! Hm... Entschuldigung... 16 zu 10, also 10 zu 16... ...da wird, dass ich das erste Mal spiele, wenn ich mir die anderen hier angucke... ...da mach ich gar nicht mehr so schlecht, ne? Okay, Leute... ...das war... ...eine Runde Tactical... ...Intervention... Ihr habt gesehen, wie's läuft... ...das ist im Endeffekt so ein kleiner... ...CS-Klon... ...ja... ...wem Spaß macht solche Spiele... ...für mich ist es nicht so viel... ...ja, da spiele ich lieber in Search und Sie da nicht mehr davon... ...auch grafikmäßig... ...auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen... ...ich hoffe es hat euch gefallen... ...bis zum nächsten Mal... ...und tschüss!